hallo guten tag liebe leute yang yang chen ist mein name bolin da jiang ist meine spitzen name heute ich möchte mit für euch eine echt eine urbild im rahmen ja das ist ganz interessant ok wir zeigen euch gleich jetzt fangen wir an und hier sind das ist die sinne links ist die originalbild große mitte 20 x 20 ja das ist der ölbild und dann rechts sehen wir das ist eine schattenfuge rahmen hier das ist das ist eine dreiecke schablon das ich selbst gemacht hat das ist vier nagel mit ganz besondere form das ist sechseckig nagel das ist ganz besonders deswegen brauchen ganz besondere werkzeuge ich zeige euch das ist ein werkzeug und mitte hier die spitze und das ist ein werkzeug kommt gleich zu einsatz kommen und dann brauchen wir auch eine schraube und ich zeige euch mal gleich das ist die schablon stellen wir hier rein oben unten links und rechts trod 2 woast 6 den ja Okay. Musik 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 Zwischen einem Zentimeter Platz, der hier halten kann. Ja, das ist ein ganzes Teil, das ist ein ganzes Teil, das ist eine sehr gute Idee. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020